Die Königin der Welt So ich, Schwester Maria Nathalie, mich nicht ihre, war es am Christkönigsfest 1939, als ich den Heiland, meinen königlichen Bräutigam, in einer Vision betrachten durfte. Seine Erscheinung war königlich, sein Anblick milder, anziehend und voll Liebe. Um seine Schultern trug er einen Königsmantel und auf seinem Haupt eine dreifache Krone. Ich fürchtete mich vor ihm nicht, wie ich dies sonst tue, wenn ich vor einer höhergestellten Person stehe. In seine Güte zog er mich an, sein göttliches Herz. Dies war so stark, dass ich mich ihm fliegen nahte und ihm zu Füßen warf. Der Herr hob mich auf und breitete einen Teil seines Königsmantels über mich. Ich sagte, mein Heiland, mein König, du sollst in mir herrschen. Jesus antwortete, mein königlicher Thron ist in deinem Herzen. In dir ist meine königliche Herrschaft vollkommen. Doch wo meine Liebe herrscht, da muss auch mein Kreuz stehen. Da verstand ich, dass der Herr von mir ein Opfer verlangte. In Gehorsam und Hingabe richtete ich an Jesus die Worte. Mein lieber Heiland, nach deinem Willen und Wohlgefallen, Sohn soll in mir deine Liebe herrschen und ich am Kreuze sein. Der Heiland blickte mich mit Wohlgefallen an, und während er mich an seiner göttlichen Brust ruhen ließ, sah ich, dass der gütige Blick des Herrn über die ganze Welt streifte. Ich erkannte, dass sein göttliches Herz nach etwas dürstete. Darum sagte ich zu ihm, Mein Heiland, was ist es, wonach dein Herz dürstet? Da neigte sich Jesus wiederum mit unsagbarer Liebe mir zu und sagte, Wenn der Sohn als König anerkannt wird, da gezimmt es sich, dass die Mutter des Sohnes auch eine königliche Majestät sei. Deshalb will ich, dass meine makellose Mutter von der ganzen Menschheit als die siegreiche Königin der Welt anerkannt werde. Diese Anerkennung muss feierlich und öffentlich geschehen. Als der Heiland das Wort feierlich aussprach, sah ich aus einer weißen Wolke eine wunderschöne Prozession hervorkommen. Von dieser Prozession kann ich nur wenig erzählen, da sie keine irdische, sondern eine himmlische Prozession war. Von himmlischen Dingen kann der menschliche Verstand wenig erfassen. Noch weniger kann der Mensch das himmlische mit menschlicher Zunge schildern. Der Heiland schaute diese Prozession mit Freude und Genugtuung an. Ich sah Engel, die einen herrlichen Thron trugen. Auf dem Thron saß die seligste Jungfrau als Königin. Maria trug auch einen Königsmantel und eine dreifache Krone. Da Maria die Tochter, Braut und Mutter Gottes ist, hatte ihre Krone eine besondere Bedeutung in Bezug auf die göttliche Dreifaltigkeit. Die seligste Jungfrau als Königin hielt in der einen Hand die Weltkugel und in der anderen ein Zepter. Auf der Weltkugel saß das Jesulein in königlichem Mantel. Auf seinem Haupt trug es eine königliche Krone. Sie sah der Krone Mariens ähnlich, nur war sie kleiner. Das Jesulein hielt in seinem linken Händchen ein kleines Kreuz, das es an sein Herz drückte und in seinem rechten ein Zepter. Die Prozession wurde von einer nie gehörten Musik begleitet. Auf einmal verschwand das Jesulein und ich sah Christus, den König, an der Seite seiner Mutter, der Königin der Welt. Ich verstand, dass die himmlische Prozession ein Vorbild jener Prozession war, in denen die seligste Jungfrau als die siegreiche Königin der Welt überall in den Städten und Dörfern gefeiert werden wird. Während dieser Vision teilte mir der Heiland mit, dass die Feier noch unter der Regierung des Pius XII. eingeführt werden soll. Dies geschah im marianischen Jahr 1954. Ferner erkannte ich, dass der besondere Segen des heiligsten Herzens Jesu diese Arbeit und dieses Werk begleiten werde. Die vom Heiland für dieses Werk bestimmten Priester werden viele Drangsale und Demütigungen erleiden müssen. Doch versprach der Herr diesen Priestern seine Hilfe mit den Worten. In den Leiden werde ich bei ihnen bleiben. Während der Heilander sagte, legte er seine rechte Hand an sein Herz. Dann erhob er sie zum Segen und ein Strom von Gnade floss auf seine Priester. Ich sah, wie sein göttlicher Blick auf meinen Beichtvater ruhte, und ich verstand, ohne dass der Herr sprach, der Segen meines Herzens, die Flamme meiner Liebe, die Kraft meines Willens wird mit ihm sein. Er wird die Treppe sein, durch die meine makellose Mutter, als die Königin der Welt auf ihren königlichen Thron steigen wird. Ich sah im Herrn, wie er die Gründung der Gesellschaft Marie betrachtete. Nach dem Willen Gottes muss alles rasch den Priestern der Kirche mitgeteilt werden. Denn ich sah, dass der Kult der seligsten Jungfrau als der Königin der Welt in Ungarn seinen Anfang nimmt. Der Heiland will die Feier seiner heiligsten Mutter als der Königin der Welt. Der himmlische Vater will der Welt beweisen, dass die seligste Jungfrau als Königin der Welt gesiegt hat, und zwar über die Welt, über die Sünde und die Höhlen. Ich sage Höhlen und nicht Höhle, weil ja jede verdammte Seele eigentlich eine Höhle für sich selbst ist. So wie die Völker ihm Christus dem König den Sieg zuschreiben, so müssen sie das seiner Mutter als der Königin des Himmels und der Erde tun. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.